Alter Pinguin Alter, wo warst du? Warst du Pinguin? Ja. Wo warst du? Bruder, bitte! Ich schwöre, du fein Gott! Ey, bitte, bitte, lass mal! Ja, Bruder! Ja, ich komm zurück, Bruder! Er fliegt mich auf Berg! Er will ich dir dann wieder wegziehen! Ey, ey! Wollen wir euch Seine? Nein! Einen Pinguin kann nicht fliegen, Bro! Dann lass es auch dabei! Nimm mal Seine weg, bitte! Kann ich nicht! Iwas, ziehst du mir meine Switch ab, ey? Ey, Bruder! Nimm mal bitte diese Seine ab! Danke! Ey, Bruder! Boah! So ein schön kaltes Eistee, Alter! Boah! Welche Bild von euch machen, Akito? Ich wollte das eigentlich gar nicht, ne? Ey! Ey, was mach... Ey! Kannst du schon noch ran? Verpiss dich, mein Kind! Ja! Verpiss dich! Lass dir weg von meiner Ehe! Ja, okay, dann lass weg, komm! Okay, jetzt war es, zubereit! Ich auch nicht, Bruder! wo bist du ok meine lieben damen und herrn ich werde heute president ich gehe zum dj was ist das für eine karre für deine stimmen gemacht warum kann ich die autos nicht auspacken war mal eine karre boah oh sucht sie dann gibt es eine 1000 bits ach so warte ich fahre falsch oh danke dir wieder für deine 1000 bits maschallah 2000 bits bester mann ich küsse dein herz liebe in den chat aber keine bits raushauen bruder donate dir das lieber für einen guten zweck scheiß auf subs und bits oder so donate das lieber für einen guten zweck mein bruder ausrufezeichen spenden also ja ja was geht was geht ab 21 uhr wahlkampfdebatte ja gut weiß bescheid also da wird gewinnen oder was da kannst du wenn die paar fragen gestellt und du kannst deine politischen ansicht dort vertreten und wann wird gewählt morgen morgen okay okay da vorne ist der moderator vielleicht kann sich ja schon mal kurz hallo sagen ja kein problem ja kein problem perfekt wählen das bitte also morgen kann man wählen oder ja morgen morgen sind die wahl genau hallo 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 ihr spricht der zukünftige president hallo hallo abibi gehen mal beiseite ja 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 was machst du da runkelt soll ich den kaputt tun nein nein das ist ein guter freund das ist was los ich kann dich nicht loslassen ja tu ich bin auch schwer mich präsen ich bin wahrscheinlich ja natürlich ich ich slide start Ah, okay, okay, okay. Wollen wir jetzt machen? Nein, nein, gleich, wenn die Leute nicht kommen. Also, wenn Fragen, sehr viele Fragen kommen, sehr viele Fragen. Das wird eigentlich bekannt auf Algeria-Sida. Ich muss mir eigentlich ein Outfit machen für Dings. Okay, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Tipp, ja, ziehen Sie sich mal vernünftig seriös an. Ja, ja, natürlich. Wir sind nicht hier auf Smokeweed Everyday Tour. Chad, ich mach mir so ein richtiger Schlipsträger-Outfit. Oh, Chad, wisst ihr, was ich hier mit... Damals gab es so eine RP-Debatte. Und da war ich original hier. Und irgendwas war an meinen... Irgendwas habe ich gerade bei meinem Stream geguckt. Ich gehe auf meinen eigenen Stream. Und ich gucke auf einmal ohne Host, ohne nicht, 46.000 Zuschauer da. Oder 48.000. Ich denke mir, was? Hä? Ich habe das vorher nie so wahrgenommen. Ich denke mir so, was? Normal in der RP-Situation? Da war irgendwas da vorne mit den Cops und ich wurde gerade festgenommen. Ungerecht wurde ich festgenommen. Für irgendetwas, was ich nicht mal gemacht habe. Und dann gucke ich so und ich sehe 48.000 Zuschauer. Das war so ein geisteskranker Moment. Weil ich mir dachte, alter, wie kann das sein? Generell vieles von meiner Twitch-Zeit verbinde ich mit GTA-Map. Das klingt vielleicht voll komisch. Aber irgendwie zu jeder Stelle hier. Zum Beispiel hier. Hier sind wir immer hingegangen von dem Platz, um uns umzuziehen. Zum Beispiel. Also das war richtig krank. Die guten alten Tage, Chat. Äh. Okay, erstmal Schuhe muss ich wegmachen. Oh, die Schuhe sind fresh. Fresh. Der könnte mal den Song ausmachen, ihr Wichser? Warum hört ihr ab? Wer hört freiwillig ab Red? Ah, die Schuhe sind es, oder? Ja, ja. Passt so, Chat? Vielleicht noch so eine Krawatte. T-Shirt? Ist das mein T-Shirt? Ah. Aha. Weiß oder schwarz? Hm. Weiß sieht schon gut aus. Schwarze Hose. Und dann weiße Schuhe? Nee, schwarz. Boah, wie ich aussehe, Chat. Wie so ein richtiger Präsident, ja? Jetzt fehlt nur noch das Auto. Ab heute, Präsident Sosa. Und nicht so eine Sportkarre. Am besten so eine S-Klasse oder so. Going, gehts. Ich wel. Ja, okay. Wie so. ему für dasselbe, nicht so eine Zeitung, nicht so ein Beam im T-Shirt. Oh, passt, oh, die passt, oder? Ja, Mann, ja, die passt perfekt, die Karre, chat, wie hole ich so einen Stab raus mit der Hand, wie hole ich so einen Stab raus mit der Hand, so zum Laufen, weil, wie heißt nochmal dieses Emote-Ding? So, oh mein Gott! Wir müssen noch eine Rede schreiben! Ja, ja, ich wusste es! Schau mal den Anzugtrigger! Du siehst beschissen aus, Mann! Anzugtrigger! Ey, ich brauch drei Leute! Ein Fahrrad, zwei Bodyguards! Ihr müsst euch genauso anziehen, wie ich! Komm! Da, Jo, komm! Ja! Okay! Dann fährt die Karre! Ich fahr, oder? Achso, ja, fahr du mal! Ja, ja, aber ihr müsst euch noch umziehen! Ja! Mason, komm mit! Nein! Okay! Ach, der kann nicht, ne? Dann... Dann Pinguin, dann geh du! Was denn? Ich lass meinen Bruder nicht alleine! Ach, dich ab, Mann, du Wichser! Ein Bodyguards brauche ich doch noch! Hä? Egal, wir kriegen schon einen! Fahr! Ja! President sitzt hinten rechts! Warte mal, warte mal! Bleib mal stehen! Jetzt, jetzt, jetzt mal! Okay! Ihr müsst euch seriös anziehen, ja? Seriös? Seriös? Seriös! Ja, ja, ja! Wie so ein richtiger... Doom wie ein Fahrer und Dings wie ein Bodyguard! Okay! Aber mit der Pinguinfresse wird's schwer, ja? Ja! Alles gut! Können wir gleich packen! Ja! Ich hab doch nix gefickt, du bist doch ausgestiegen! Tier 2, Sub! Oha! Mashallah! Danke dir! Sensei! Danke dir für dein Tier 2, Sub! Ein doppelter Supporter! Guck mal, guck mal, guck mal, wer... Ich? So Jungs, so seriös mäßig, ich seh doch auch seriös aus! Ja, chill, machen wir doch, ja! Danke dir, Bro! Weißt du vielleicht, wo so ein Oberteil das ist? Du siehst aus wie ein Gangster da, jo! Warte doch, ey, ich ändere das, Bro! Kann jemand die Tür zu machen? Kann jemand die Tür zu machen? Wird langsam zu kalt! Ja, ich bin ein Schwarz! Kann ich so ein Hemd in Schwarz nehmen? Da, jo! Bro, ich seh dich doch nicht, Bro! Ich bin ein Schwarz! Ja, du! Ja, ja! 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 Ja, ja! Schwarz! Wo ist deine Krawatte? Digga, die ist doch... Ey, Chat, jetzt ehrlich, das Outfit ist stabil! Ich will nichts sagen, Digga, aber ich glaube, mein sieht besser aus! Mach mal deinen Helm ab du Den kann ich nicht aufziehen Den muss ich gleich so aufziehen Das sieht so scheiße aus Ey ist das okay für Bodyguard Ja so Handschuhe sind auf jeden Fall wichtig Ich überlege noch irgendwie mir eine Weste zu machen Boah eigentlich muss ich mir eine Weste machen Warte Boah die Maske kommt auch gut man Als Fahrer weißt du Ey was gibt's für geile Westen Alter Stark je Steht hinten Nein Welche Weste soll ich mir Okay Okay Warte mal So ein Jackett oder was Ah da muss ich Torso umstellen Chat Das passt nicht Nein nein das ist schon gut so Trust Ich lass so Hallo die Dame Hallo Ja Melody Wie groß bist du denn Melody Zwei Meter Ja Sehe ich aus wie ein President Warum die Maske Warum die Maske Ich 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 wüsste ich dachte du wärst ein Bulle Ich wüsste ich dachte du wärst ein Bulle Schwörber Ich schwörber Wie Herr Präsident bitte einsteigen und und das auto aufmachen Ich wüsste ich mir jetzt mal vorne Ich wüsste ich mir jetzt mal vorne Papp, D.O.J, man. Sensei, danke dir für deine zwei Gifte, mein Bruder. Ich fahr sehr gut und Ihnen wird nicht übel, je? Halt die Fresse und fahr, man. Ja, ja, ja. Komm runter, man. Komm runter, man. Ey, Dario. Ja? Guck mal, deine Waffe, ich gib sie dann gleich wieder. Und dann fertig sind wir im Ganzen. Ach so, so als Waffe-Ding, so wie sie, weißt du? Ja, wegen Bodyguard, wegen Bodyguard. Ja, komm, gut, man. Ich hab aber keine Rede, man. Wieso? Freestyle, man, Freestyle, vertrau mir. Freestyle, komm gut. Ey, und sag, wenn die dich wählen, gibt's Import-Gaboy oder so. Okay, Herr Präsident. Ich glaub, es ist soweit, man. Wir haben noch eine halbe Stunde, ne? Ja, egal, lass schon mal hin, Interviews und so, wollen die machen. Dario, Dario, Dario. Du musst, du, warte, du als Bodyguard, du musst gut gehen, Bro. Ja, 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 gib mal Waffe Nummer 10. Dann halt ich die einfach die ganze Zeit. Bro, ja, ja. Warte, ich frag Chat-GPT wegen Wahlen. Oh. Und gib mal, äh, dein Schalt-MV auch. Oh, smart. Oh. Okay. Was soll ich schreiben bei Chat-GPT? Ist er erstmal da? Okay. Okay. Ist das so gut? Oh, Herr Präsident. Ich glaube, es ist so weit. Okay. Auf New Chat. Und dann? Geht nicht! Okay, okay, ja. Okay, okay. Du sollst nicht so laufen, als wäre deine Mutter gerade gefickt worden. Bro, das kommt gut. Vertrauen mir, Mann. So, meine Herrschaften. Wann geht's denn los? Komm mal rein. Der muss erstmal die Pistole wegpacken, bitte. Das ist mein Bodyguard. Ja, kann er ja, aber der braucht ja nicht draußen machen. Wir sollen ja auch eine Pistole haben, aber er soll die bitte in Hose stecken lassen, wenn's geht. Ja. Zieht das wieder unnötig Aufmerksamkeit. Natürlich, Mann. Aber du weißt doch, wie das ist, Mann. Es gibt viele Mann, die haben's auf den zukünftigen Präsidenten halt abgesehen. Ja. Ihr müsst 60, 70 gehen. Da fängt's an. Und schon geht's los. Was? Wo 60? Schon geht's los. Da wurde einer mit Waffe gesehen, schon ist FIB, PD, alles jetzt da. Hm, so schnell geht's hier. Na, ratz, ratz. Okay. Ich bin gleich für sie wieder ansprechbar. Ja, warte kurz. 60, 77 findet das statt. Oder? 60, 77? Ja, okay. Weimutball, 60, 77. Ja, okay. Sind von. Dann bis nachher? Ja. Ist doch weg. Mach schneller, ich muss kacken. Geh hinten. Heide, 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 fahr schnell, ich muss kacken. Ja, ja, kack doch, kack doch. Oh, 60, 77. Theater oder nicht? Haben die gesagt? Warte, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. K, was? 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 Gibt's nicht. Hast du noch? Hey! Lass die nehmen, lass die nehmen. Sehr stark. Voila. Okay. Sehr stark. Opa hat's auch ein Secht, Mann. Okay, okay. Hast du Sirenen? Hast du Sirenen? Ein bisschen Cheaten, wie ist das? Nein. Warte, warte, ich muss kacken. Okay. Doch, ich hab Sirenen. Mach an. Mach ich das? Ähm. Kuh, Kuh, glaub ich, ne? Däumen? Ist nicht, ist nicht. I? Hm? Äh. Hupe, hupe lange drücken. Oh. Ich hab keine Ahnung. Jetzt. Hörst du's? Ja, ja. Ich glaub, mit Fight hast du hoch auf der Hupe, klappt's. Für immer. Nein. Oh, schuss. Hast du so, 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 so eine Präsidenten-Musik, bro? Ich? Ähm, ich schau mal, warte. Ich will mir noch kurz Zeit. Was ist denn Präsidenten-Musik? Kein Ami-Rapper auf jeden Fall. Natürlich nicht, bro. Ich will einfach amerikanische Hündin nehmen, aber das passt nicht. Was ohne Musik machen? Ach, das kommt gut, das kommt gut. Ja, aber sonst sind wieder alle abgefuckt, zu laut, zu leise, zu fackt ab, weißt du. Ach, das mal. Ich bin 없이 gel셋bint. Ich bin nicht auf. Ich bin nicht auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich bin bereit. Pinguin, bist du da? Pinguin? Ja. Hast du die Musik? Zeck mal. Warte. Oh ja! Ist laut genug? Sosa bist du wieder da? Ein Hauf auf Sosa, denn er wird Präsident. Der Zeug ist der Staat, denn es ist Big Sosa. Alle Frauen werden sich ausziehen, wenn er da ist. Und er ist der krasseste. Es ist Big Sosa. Nein, das liegt nicht. Bei mir nicht. Haben wir beim Casino vorbei. Okay, ich will schon noch treffen. So, natürlich nicht. Willkommen in Los Santos. Und der Exaucer hat einen kleinen Schwarz. Schwarz. Okay, okay. Bro, wir haben noch 17 Minuten oder so. Ja. Aber war die Lautstärke so gut? Ja, ja, die war gut. Zu laut, zu leiser. Ganz kleines bisschen. Echt? Ja, ganz kleines bisschen. Fahr mal bitte kurz bei deinem Casino vorbei. Wo fahrt ihr hin? Achso. Äh, links, Robo. Wir warten noch ein bisschen. Alles gut, alles gut. Wir haben einen guten Auftritt vorbereitet. Ja? Ja, ja? Ich muss Chat-Jabiti fragen. Willst du eine kleine Geschmacksprobe? Äh, nee, nee, warte, 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 warte noch. Okay, okay. Der antwortet gar nicht. Guck mal, Chat-Jabiti backt. Es geht nicht. Oh mein Gott. Äh, warte. Warte, chat. Es muss ein richtiger Zeitpunkt sein Mann Ja, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt. Ja, hier. Okay. . Mach an, mach an, mach an, mach an. Chill, chill, chill. Du willst du schon mal, Fahldo? Wägst du! Nein! Okay. Ich rieperiere nochmal. Langsamer, langsamer, langsamer. Ich rieper Musik, na? So, der Präsident, der Vexer. So, Mr. President. Willkommen. Halt mir ein Regenschirm! Das mach ich, Mann, nicht der Bodyguard. Sehen Sie so weit, Mr. President. Ich seh gerne ein Regenschirm. Doch, ich hab einen draußen. Ja, dann draußen. Okay. Ich seh gerne ein Regenschirm. Oh, meinst du lachst gegen Allah. Djemu für Präsident. Sosa für Präsident. Djemu und alle, oder nicht? Ja, denke ich schon. Ja, das war... Niemals. Djemu. Komm mal links her. Ja, ja. Zäh! Okay. Jungs, kommt mal mit. Bist du hier weg? Warum haben sie Nerven, ja? Warum? Niemand läuft hier mit Waffen frei rum. Nicht mal das PD oder das FIB. Tut mir leid, das ist mein Bodyguard. Ja, dann soll ihr Bodyguard die Waffe nicht rausholen. Sie wissen ja, was passiert. Dafür sind wir ja da. War ihr Bodyguard vielleicht in Davis beim Friseur? Was soll das denn? Ein bisschen mehr Respekt mit dem Bodyguard des Präsidenten? Nein, nein, nein. Nicht beim Davis beim Friseur, aber bei einer Mutterweihe. Wo war er? Was? Wie bitte? Was? Und Sie wollen gewählt werden? Was denn? Was? Das hab ich nicht gesagt. Wer hat das gesagt? Wer war das? Das sind bestimmt eine spartige... ...Presidentschaftswahl für ihn. Ungleich sind sie ja nur zum Schotze da. Naja. Meine Herrschaften, wir wollen einen Ort, wo die... Wo die Präsenten... Also die... Die Leute, die sich wehen lassen in der Ecke... Die sind schon nicht direkt so offen hier. Stell' vor, dass es ein Sniper-Schuss ist. Das sieht's aus, Mann. Ich schwör's dir. Ich sag dir ehrlich... Also einer von den 2-3 wird auf mir einen Headshot machen, oder? Voll, ich verstehe gar nicht, warum wir das nicht lieber im DOJ machen, wo viel mehr Schutz ist. Weil die Jängen jetzt alle aufschirren. Diese... Die alle voll wird. Okay. Ich muss jemandem von Chat-GPT noch was schreiben lassen. Ich würd' ich auch gleich einen Snap aufschirren. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Sieh das vor mich... Die reden, also wie soll ich alle hier ansprechen? Das geht doch gar nicht. Ja, so ist er, Mann. Ja. Ach, ja. Was hast du vorbereitet? Ja, warte, Mann. Ich schreib mir doch grad ne Rede, Mann. Aber dann schreib dir das auf Notizen, Freunde. In deinem Kopf willst du das sowieso nicht behalten. Ja, warum schreibst du in ne Rede? Ich hab' keine Rede. Ich hab' keinen Account bei Chat-GPT. Warum schreibst du in ne Rede überhaupt? Das ist so ne Debatte. Wie Debatte? Ja, Bruder, ich biefen sich alle Präsidenten gegenseitig. Wer was besser macht. Bist du dir sicher? Ja. Dann haben wir sowieso gewonnen. Echt? Geh' zu gestorben? Ja, das ist Debatte. Plan B, Sosa. Plan B, mach's trotzdem. Ja, Plan B, Mann. Aber mach auch ne Rede, weil, äh, ich hier Wiesel-News heut' Fragen stellen. Ja, zu 100%, deine Mutter. Okay, warte kurz. Ich frag' Chat-GPT. Was soll ich, was soll ich schreiben? Was soll ich schreiben? Schreibe mir eine Präsiden... Ja, äh, können wir das nicht irgendwie hochholen, Jums? Hm. Ja, er war von mir, ja. Okay, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Als ich heute vor Ihnen stehe, fühle ich mich zutiefst geehrt, dieses Amt des Präsidentens anzunehmen. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht allein bin meiner Verantwortung gegenüber unserem Land und seinen Menschen. Hallo? Hey, das ist gut, oder? Oh, oh, oh. Hey, hey, hört sich sehr gut an, Bro. Okay, okay, okay. Hört ihr mich da hinten auch? Okay, okay, okay. Maverick! Da hinten höchst du mich? Oder schick mir eine, schick mir eine, schick mir eine, Ali. Sehr gut. Aber höre ich mich langsam an, oder kommt das alles eins für eins? Okay. Okay. Sehr gut. Dann versuche ich den IG-Klasse irgendwie nach oben. Wahlkampfrede, ne? Was? Cube dein Wahlkampfsberater sein. Ich weiß nicht. Ja, weil der wollte gleich vorbeikommen. Soll ich ihn sagen, der soll sich anziehen? Ah, Ali soll machen. Ali soll machen. Ali? Yeah. Komm, ob der wach ist. Ah, Ali, wach mal auf. Sei mal mein Dings. Ey, lass dich wach. Was hat er für einen Text geschrieben? Guten Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger von Las Santos. Ich stehe heute vor Ihnen als Präsidentschaftskandidat und möchte Ihnen sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir uns als Staat wirklich um uns selbst kümmern und sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Freiheit und das Glück haben, wie sie verdienen. Das klingt nach einem Dobtext. Als Kandidat, der sich für die Zivilisten einsetzt, möchte ich Ihnen sagen, dass ich jedes Jahr aufs Neue verpflichtet bin, die gemeinnützige Institution zu unterstützen, die dafür sorgen, dass die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger von Las Santos erfüllt werden. Wir brauchen mehr Einrichtungen, die dafür sorgen, dass alle Menschen in unserem Staat die Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Ja, nicht nur noch für mich. Ich habe auch gemerkt, dass die Anzahl... Bitte begeben Sie sich in Schutz. Gehen Sie bitte nicht frei hier. Einen weiteren Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Legalisierung von Marihuana. Die Legalisierung von Weed könnte unserer Stadt viele Vorteile bringen. In der Steigerung der Wirtschaft bis hin zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, welche Vorteile eine legale Marihuana-Industrie für unsere Stadt haben könnte. Ich bitte Sie, liebe Bürger und Bürgerinnen, mir Ihre Stimme zu geben und mir die Chance zu geben, Sie als Präsident von Las Santos zu vertreten. Bruder, was ist das für ein Text? Ich verspreche, dass ich mich immer für Sie einsetzen werde, um sicherzustellen, dass jeder von uns die Chance hat, ein glückliches Leben zu führen. Aber auf Las Santos bezogen. Okay, geil. Geil, geil, Dub-Text. Ich habe so einen guten Text, Jungs, wirklich. Sehr gut? Ja, ja, ja. Zehn von zehn. Okay, 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 wenn du schon sagst. Okay, 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 okay. 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 Ich bitte einmal das FIB und PD zu mir. FIFV, PD. Hey, ich stelle die vor auf Debatte, lässt du einfach andere Präsidenten auf Flasche sitzen, Bruder. Oder so, ja. Nein, nein, das ist respektlos. Das ist ja respektlos. Ja, das ist respektlos, aber gut für dich. Bring die sich her, warum sitzt der auf Flasche? Das sind andere Menschen. Deine Mutter. Stark. Ich habe so eine gute Rede, Alter. Ich hoffe, du... Ja, du überzeugst dich sowieso, Mann. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Du bist Präsident? Nein, das ist alles. Ich bin gemütlich. �den Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger von Los Santos. Ich stehe heute vor Ihnen als Präsidentschaftskandidat und möchte Ihnen sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir ist, dass wir die Stadt wirklich um uns... Warteweil... ... dass wir uns als Stadt wirklich um uns selbst kümmern und sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger Freiheit und Glück haben. Die, die Sie verdienen. Als Kandidat. der sich für die Zivilisten einsetzt möchte ich Ihnen sagen dass ich jedes Jahr aufs Neue verpflichtet bin die gemeinnützige Institutionen zu unterstützen die dafür sorgen dass die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger von Los Santos erfüllt werden wir brauchen mehr Einrichtungen die dafür sorgen, dass die Menschen in unserer Stadt die Unterstützung bekommen, die sie benötigen ich habe gemerkt dass die Anzahl von gewalttätigen Handlungen in dem Staat als steigt als ihr Präsident werde ich hart gegen die Kriminalität kämpfen und dafür sorgen dass die Straßen sicher sind und auch sicher bleiben jeder der in unserem Staat lebt hat das Recht auf ein friedliches Leben und ich möchte das sicherstellen einen weiteren Punkt den ich ansprechen möchte ist die Legalisierung von Marihuana der ist Wasser die Legalisierung von Weed könnte unserem Staat viele Vorteile bringen von der Steigerung der Wirtschaft bis hin zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit ich denke es ist eine Zeit dass wir ernsthaft darüber nachdenken welche Vorteile eine Legalisierung von Marihuana hat ich bitte sie liebe Bürgerinnen und Bürger mir ihre Stimme zu geben und mir die Chance zu geben sie als Präsident von Los Santos zu vertreten ich verspreche dass ich mich für immer für sie einsetzen werde und sicherstellen werde dass es ihnen gut geht bitte geben sie mir eine Chance wo steht nochmal am Ende dass ich mich immer für sie einsetzen werde um sicherzustellen dass jeder von uns die Chance hat ein sicheres Leben zu führen ja man das ist es jeder kann dir Fragen stellen per SMS also jemand hier ist so ein Moderator und jeder kann da Fragen auch stellen jeder Bürger ja sehen sie ja wird gut wird gut man packst du ja packst du ich pack das wenn nicht machen wir auf Instagram postig und sagt jeder der dich wählt kann Import gewinnen das klappt auch bist du Aruru na sonst werden die mich hin okay ich geh zu meinen Jungs wie sehe ich aus ich gehe um ich finde mach ich mache ich meine ich bin ich China ich bin ich ml ich Coast und ich IM sie erklärte ich blik ich labwink